Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Rolf Reller und ich habe 25.000 Euro in einen absoluten Weltmarktführer investiert, in eine Aktie von einem Unternehmen, was langfristig wirklich super performen wird meiner Meinung nach und ich werde dir auch genau sagen warum, wieso, weshalb und auch wo meine Preisgrenzen liegen, bis man nicht einsteigen würde noch und ja, das Ganze natürlich wie immer keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne mal jetzt in die Kommentare, welche Aktien du so aktuell kaufst, ich bin da sehr gespannt und jeder Kommentar bekommt noch eine Antwort von mir. Ja, welche Aktie habe ich gekauft für 25.000 Euro? Ich habe die Daikin-Aktie gekauft. Daikin ist ein japanisches Unternehmen, was den meisten wahrscheinlich gar nichts sagen wird, aber auf dem Weltmarkt führend ist in einem Bereich, der wirklich super viel Potenzial für die Zukunft hat und ja immer größer und größer wird. Ja, ganz kurz mal, warum finde ich diese Aktie so toll? Mal im Überblick. Zum einen ein spannendes Geschäftsmodell, was genau das ist, das schauen wir uns gleich im Detail noch an. Dann ein aussichtsreicher Zukunftstrend, also ich würde sagen, ein Trend, der nicht mehr aufzuhalten ist und trotzdem jetzt nicht irgendwie ein Hype ist, der schnell vorbei ist, sondern wirklich ein nachhaltiges Thema ist. Und ja, wir haben starkes Wachstum und eine Dividende, also die Aktie performt in der Vergangenheit schon sehr, sehr gut und wird das meiner Meinung nach auch in der Zukunft tun. Aktuell haben wir einen guten Rücksetzer, der kurzfristig dafür sorgen kann, dass man eben einen guten Einstiegspreis bekommt und das habe ich eben auch genutzt und das schauen wir uns natürlich auch noch mal im Detail an. So, was ist Daikin überhaupt für ein Unternehmen? Es ist ein japanisches Unternehmen im Bereich von Kälte- und Wärmetechnik. Was genau für Produkte dahinter stecken, das schauen wir uns auch noch im Detail an. Und es ist wirklich ein gigantisch großer Konzern, gegründet 1924 und hat seinen Hauptsitz in Osaka in Japan. Und ja, wie gesagt, Daikin begegnet uns eigentlich fast täglich im Leben. Wo genau, das schauen wir uns jetzt an und was auch Daikin so besonders macht. Nicht nur als Unternehmen, sondern eben auch als Aktie. Hier aus Transparenzgründen nochmal genau meinen Einstiegskurs und alles plus eben der Kurswert und wann ich gekauft habe. Also auch dafür gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du weiterhin meine Transparenz so haben möchtest, dann werde ich das auch gerne weiterhin so handhaben. Und ja, wir schauen uns jetzt an, warum Daikin so spannend ist und warum ich hier langfristig tolles Potenzial sehe. So, Daikin Industries ist ein riesiggroßer Konzern in Japan, der eine lange Geschichte hat. Wir sehen das hier angefangen 1924, wirklich als kleines Unternehmen und hat sich jetzt mittlerweile zu einem globalen Marktführer in einem super spannenden Bereich eben entwickelt. Wir haben hier aktuell immer mehr Zukäufe, also auch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel zugekauft und eben auch breit diversifiziert. Ich hatte schon gesagt Klima und also Kälte und Wärmetechnik. Aber wir haben hier auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel eben auch Chemie oder eben auch grundsätzlich solche Dinge, wie zum Beispiel auch ein Teil Rüstung für die japanische Regierung. Also auch hier, die japanische Regierung ist hier mit involviert, beziehungsweise einer der größten Kunden auch in dem Bereich. Und wir schauen uns mal die Sektoren hier an. Ihr seht das hier. Wir haben sehr, sehr starkes Wachstum global gesehen. Wir haben die vier Bereiche eben Air Conditioning, Chemicals, ja dann Ölprodukte mit Hydraulik und dann eben noch die Rüstungsabteilung. Also hier wirklich breit aufgestellt, wobei wirklich das Zugpferd die Klimatechnik ist, beziehungsweise die Kälte- und Wärmetechnik. Und ja, warum ist das so interessant? Weil eben gerade mit der Klimaerwärmung, mit der globalen Klimaerwärmung, mit der Erderwärmung natürlich das Thema Air Conditioning. Und da ist Daikin wirklich Weltmarktführer, immer wichtiger wird. Und ja, wir wissen es alle, es wird wärmer und wärmer, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ja, auch mittlerweile in Europa, ja wirklich in vielen Ländern, wo es früher keine Klimaanlagen gab, gibt es mittlerweile Klimaanlagen, weil es halt einfach unausstehlich heiß wird im Sommer. Wir haben den Bereich Chemikalien, weil sie natürlich auch in Kältetechnik natürlich mit Chemikalien hantieren und da natürlich sich auch eine Expertise aufgebaut haben. Hier in diesem Bereich eben auch gutes Wachstum, also auch das wirklich ja eine schöne Diversifikation. Und eben noch Ölhydraulik und Defense System. Ich hatte schon gesagt, für die japanische Regierung haben sie eben zum Beispiel für die Kampfjets und so weiter eben auch Teile, eben diese fertigen. Und ja, wirklich breit aufgestellt vom Kunden, von der Kundschaft her breit aufgestellt, sowohl im B2B-Sektor als auch im B2C-Sektor. Und eben noch die Regierung von Japan als Kunden, also wirklich ganz, ganz breit aufgestellt. Sie haben ja eine klare Vision, wirklich alles aus einer Hand zu haben. Sie haben diese Fusion 25 Mission aufgestellt und wollen natürlich nicht nur selber für Nachhaltigkeit sorgen weltweit, indem sie quasi eigene Produkte erstellen, die eben nachhaltig sind, sondern eben auch das Ganze implementieren als Firmenphilosophie. Wir haben hier natürlich Chancen und Risiken, Chancen ganz klar, die Globalisierung und eben auch grundsätzlich das Thema Erderwärmung und Klimawandel. Also das Thema ist nicht von der Hand zu weisen und es wird ja spürbar auch immer wärmer. Und ich hatte schon gesagt, selbst Länder, so wie Deutschland oder sowas, wo es früher eigentlich keine Klimaanlagen gab, weil eben die Sommer noch in Ordnung waren, haben mittlerweile viele Unternehmen, aber eben auch Privathaushalte Klimaanlagen. Und ja, auch im Vergleich zum Wettbewerb wachsen sie deutlich besser als eben die Wettbewerber, weil sie eben mit ihren Produkten absolute Expertise beweisen und eben sowohl fast Effizienz als auch Kostengünstigkeit eben performen können. Und von daher super Produktpalette, super Marktstellung, super auch im Vergleich zum Wettbewerb. Also auch das super tolle Dinge und gleichzeitig zum Beispiel auch Afrika oder andere Entwicklungsländer. Da haben sie einen ganz, ganz spannenden Service eingeführt, nämlich die haben in der Regel ja kein Geld für eine komplette Klimaanlagenanschaffung. Dort vermieten sie zum Beispiel auch Klimaanlagen. Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, ein toller Wachstumsmarkt, den sie jetzt für sich erschlossen haben und was meiner Meinung nach auch für die Zukunft noch wirklich viel für die Expansion eben zur Expansion beitragen wird. Und ja, auch zum Beispiel das Thema Elektrofahrzeuge. Dort mit den Klimaanlagen zum Beispiel auch ein Thema, was immer größer wird. Und sie sind auch global aufgestellt, also produzieren es nicht nur in Japan, sondern haben eben auch zum Beispiel in Europa, in Amerika, in Australien und natürlich auch in Asien logischerweise Fertigungen. Das heißt auch hier global aufgestellt, jetzt nicht irgendwie so ein riesiges globales Risiko, ja geografisches Risiko, dass man sich nur auf ein Land ja spezialisiert mit seinen ja Fertigungsketten. Und auch hier zum Beispiel Dividendentechnisch, denn ich habe sie in meinem Dividendendipot langfristig gekauft, eine schöne Dividende. Es gibt natürlich ein bisschen ja auf und ab hier bei der Dividende, aber grundsätzlich die Richtung stimmt. Es wird angestrebt, dass man immer ja eine Dividende zahlt und diese auch im besten Fall steigert. Und zusätzlich gibt es eben noch zusätzlich Kurspotenzial. Die zahlen schon auch sehr, sehr gut aus. Also es gibt ein schönes, konstantes Wachstum und das Unternehmen wirtschaftet sehr solide. Es ist, wie gesagt, auch ein globaler Konzern, der eben auch eine starke Preismacht hat und eben auch, ja jetzt nicht irgendwie ein kleines Startup, was nur mit Fremdkapital finanziert ist oder sowas, sondern sie sind hier wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und ein absolut sicheres Unternehmen meiner Meinung nach. Und ja, grundsätzlich, wir haben hier rechts unten, sieht man mal den Kurs, auch eine absolute Outperformance, zum Beispiel im Vergleich zum japanischen Aktienindex, auch grundsätzlich zu anderen Aktienindizes eine wirkliche Outperformance. Also eine tolle Aktie, die eben nicht nur Dividende zahlt, aber eben auch und grundsätzlich eben durch das Kurswachstum vor allem besticht, aber eben die Dividende nehme ich auch sehr, sehr gerne mit und deswegen wirklich ein ganz, ganz tolles Unternehmen, was endlich mal günstiger geworden ist und deswegen endlich auch in meinem Depot drin ist. Ja, ich persönlich würde so ungefähr bis 175 Euro kaufen, das wäre so meine absolute Traumzone. Ich habe ja so für 165 Euro gekauft, das heißt, da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft nach oben. Dann würde ich vielleicht nochmal auf den Rücksetzer warten und ja, wir haben ein tolles, starkes Unternehmen mit einer tollen Zukunft. Also wie gesagt, das Thema Klimaanlagen und so weiter ist ein Thema, was nicht mehr von der Hand zu weisen ist, dass das ein Wachstumsmarkt ist und von daher wirklich ein global breit aufgestelltes Unternehmen, was eben in diesem Zukunftsmarkt tätig ist, finde ich ganz, ganz toll. Kurs-Gewinn-Verhältnis übrigens 28, was in Ordnung ist für dieses Unternehmen, fair bewertet. Wir haben eine Überrendite zum Markt, die langfristig möglich ist, davon bin ich absolut überzeugt. Das haben sie auch historisch schon gezeigt und deswegen auch hier ein ganz, ganz tolles Unternehmen, wo ich jetzt eben aktuell den charttechnischen Rücksetzer genutzt habe. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das übrigens genauso seht oder ob ihr sagt, hey, das Unternehmen ist ein absoluter Fehlkauf oder ja, weiß ich nicht, kann ich mich nicht so richtig von überzeugen. Also gerne einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Jeder Kommentar bekommt, wie gesagt, auch eine Antwort von mir und auch gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen für das Video, wenn es dir weitergeholfen hat. Ich bin super gespannt darauf, freue mich auf die zukünftige Performance der Aktie und ja, würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn du noch kein Abonnent bist und jetzt zum Abonnenten wirst. Auch gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da lässt für das Video und auch gerne dein Feedback in den Kommentaren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Bis dahin wünsche dir alles Gute und viele schöne Renditen. Mach's gut, dein Flo Farrell. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.